Hallöchen, hier habe ich wieder was vorbereitet zum Schmieden für einen Schmiedekursteilnehmer. Die dickeren Stücke oben in der Mitte und unten, das ist Wolfram legierter 1.2510. Die dünneren Platten, die schwarz außen sind, sind Damastplatten, die haben schon mal 150 Lagen. Und dann ist noch als Zwischenlage der 125 SC der reine Kohlenstoffstahl mit 1,25% Kohlenstoff. Das geben zwei Platten, 1.2842 und 1.2767 der helle Nickelstahl. Das geben Platten, ca. 150 Lagen für die nächsten Neckknives. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn alles soweit ist, zeige ich euch das Ergebnis. Viel Spaß, schönes Wochenende noch. Ciao.